Die große Geo-Show ist wieder da. In 55 Fragen um die Welt. Ob Bodenschießen vom Pferderücken. Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin noch nie geritten. Honigernte von stechfreudigen Wildbienen. Das hört sich sehr, sehr gefährlich an. Oder eine Übernachtung in Deutschlands tiefster Höhle. Erdbeben, wie soll man da jetzt schlafen können? Diese Promis stellen sich der großen Geo-Mission her. Die große Geo-Show mit Sonja Zietlow und Dirk Steffens. Samstag, 20.15 Uhr. Bisher hat es kein Promi geschafft, mich im Finale der großen Geo-Show zu schlagen. Und jetzt haben Sie die Chance, das zu schaffen. Nutzen Sie dafür den eingeblendeten QR-Code oder gehen Sie auf rtl.de slash dabei, um gegen mich anzutreten. Wenn Sie mich besiegen und mehr Fragen richtig beantworten als alle anderen, dann gewinnen Sie ein Treffen mit mir. Aufgepasst, bei Gleichstand gewinnt der Schnellste. Viel Erfolg, ich freue mich auf Sie.